Die 01-412-5, dann komm. Komm, 12. Das ist zweieinhalb Jahre her. Ich hätte niemals gedacht, dass es sich so ewig lang hinzieht. Dann ist beides negativ. Verstanden, negativ. Im ersten Moment dachte ich, na ja, es wird alles wieder gut. Und ich hoffe einfach, dass es wirklich, wirklich bald ein Ende hat. Dass es sich nicht noch weiter hinzieht. 16.2, bitte zum Hauptsammlung. Und ja, dass meine Eltern endlich ihre Becky wiederbekommen.